Barovie und Toso Ismir. Sie sehen heute wunderschöne Kronleuchter aus der Serie Ismir von Barovie und Toso. Barovie und Toso entwickelte Glaskunst schon seit dem Jahre 1295. Sie sehen heute wunderschöne Kronleuchter aus dieser Serie. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen dabei. Geschwungene Formen, transparente Kristallanhänger und gedrehte venezianische Kristallarme. Eine ideale Kombination, um den Glanz von venezianischem Kristall zu verstärken. Barovie und Toso Ismir. Diagramm.